und da wären wir wieder zurück bei Provestors, Propestors, Domestors, wo es gerade regnet ja da hinten haben wir gebaut tatsächlich wir sind gar, alter wie dunkel das ja, wir haben hier alles abgerudert, alles war hier weg, alles und wir spielen wieder den Asthmatiker und wir dann Drecksgeschnauter manchmal so an den Sack geht die Bäume wachsen ja immer noch raus, das ist logisch, klar, keine Frage ähm so jetzt würde ich wollen wir uns gleich sowas bauen, gleich sowas großes, ich weiß es gar nicht ich mein, wir könnten uns das ja randrätig hier so hinsetzen, so ne, hier so, so ne, so, könnten wir uns da hinsetzen, oder? so, ne, so, ne, bitte was? dann ernst? ja, ach so, wegen dem da hinten, okay, dann machen wir gerade auch noch kurz das, so, und 80, das ist gleich mal noch so 52 oder so, maximal ist doch ehrlich, und so wird es gar nicht haben ist jetzt gerade doch ein bisschen viele muss ich Alter, was war das? Alter, was war das? so 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 ja, ne, so die 90 bleiben na gut, was soll's soll mir recht sein so Alter, wenn ich noch das jetzt ziehe ich mal ran Alter, wenn ich noch das jetzt ziehe ich mal ran ja ja alle in die Richtung, nein, andere Richtung aus der Luft, da staunst der, so die anderen zwei sind da hinten okay immer gut den end mit dunkel das hier einfach mal ist wir haben ja alles ab können als kleines unterschlupfdings will ich mir dann tatsächlich noch was den hier bauen wir so hier in das eck so hier hin so er ist gut gut ist gut ich bin hier war alter lebzeit wochen seit wochen in diesem halbzeit monaten seit jahren unter dem und noch keine kondition kann auch dort es gibt es nicht der fall runter da ich war so ein Kommerde Sorge haben wir ihn so sagt und alle waren ja hier drin ist nichts nirgendwo St Frau Kostik ist er ist doch unglaublich Stimmungsfreude gebraucht wird natürlich auch noch ich habe noch kurz das hier so machen hier so 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 noch zwei Sterne nehmen mit 7 mit mit nehmen wir mit so sonst ist die Kies brauchen wir vorerst noch eine ganze Menge fürchte ich ja gut passt so wir haben hier alles abgerudert alles mit mit z z und dann müssen wir doch man wir hatten so viel na gut was solls dafür ist jetzt hier nichts mehr back ich hoffe ich doch nach Zeichen bis zum nächsten Patch und ein Klammer bis zum nächsten Patch so bitte wer gemacht klettern wir einfach mal kurz hier drauf holen hier mal so so t t t t t so war schwarzschmerzen durch so so wirst du was machen wir hier noch und die komplette nur Rüstung so 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 z wie geil m A s 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 ich bin jetzt feiergelaufen nicht allmöhn toller Müll aber gut die es wird keine Rüstung mehr angezeigt aber wir haben noch welche an habe ich erwähnt dass es backfrei ist das war es nur drei das kann noch niemals sein müssen mindestens mindestens vier sein oder maximal vier dann fehlt noch einer fängt es ja schon super an wir hätten uns niemals so ein großes Ding hier bauen sollen so dann gehen wir wieder auf Deckungsreise wieder ein paar mal in die Höhle weiß ich nicht ja kann man mal machen so hoch es ist auch schon das ist nur drei gibt es auch gar nicht da ist anders als er gibt an den ne 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 *** verbauern noch im vor die Hütte da hinten bleibt er Lobat mit den Fremdorien 2003 orable noch mal kurz ein paar Zickis und dann wird es wieder dunkel und wenn es dunkel ist für dich nicht wirklich raus Alter der Drecks Entschuldigung der Astmatiker ja echt, da geht mir so einen Sack so immerhin haben wir da hinten Lampe immerhin am Ende noch so Spannend doch nicht haben wir wie so ja da will ich vorschlagen sie mit anderen Nächsten Folge ja da gibt es zu schaden Nächsten worden müssen auf jeden Fall noch ne die Hütte fertig bauen dann wird ich in der nächsten Folge einfach hier noch ne kleine Trennwand bauen ja also es gibt noch nicht es gibt echt noch ne Menge es gibt echt noch ne Menge Arbeit und 15 von 89 haben wir ja also noch ein bisschen Arbeit müssen wir wahrscheinlich die ganzen Bäume hier wegholzen wenn wir so oder so machen und ja dann danke fürs Zuschauen und ciao bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020